Willkommen bei den Müllers. Dem Abschleppdienst des Vertrauens. So, wollen wir mal wieder quittern. Ich hab ja eben schon gequittert. Wir schleppen sie ab. Gegen Reparatur. Dafür den Reparierer benutzen. 439... 495... Die da vorne häng ich schon abgeschleppt. Die häng ich gefunden. Die stand kreuz und quer auf der Straße. Den einen hab ich vorhin vorne Der Gang hat gefungen. Und den anderen quer vorne Casino. Die häng ich mitgenommen. Jetzt überlegen wo die ihre Autos parken. Geht doch nicht. Die können die aber für 300 Dollar wieder abholen. Wenn die einen Scheinwerfer links brauchen, dann kriegen die einen Scheinwerfer links. Wenn die einen Scheinwerfer rechts brauchen, kriegen die einen Scheinwerfer rechts. Wenn die eine Stoßstange brauchen, kriegen die eine Stoßstange. Wir beliefern die auch. Wir machen quasi Uber mit Stoßstangen. Ich bin gespannt, wann die Gangs rebellieren. Warum? Warum sollten die? Die werden ja nicht aus anderen Gründen abgeschleppt wie vorher auch. Der einzige Grund ist, also der einzige Unterschied ist, dass das Abschleppen dein Auto halt nicht mehr auf dumm in deine Garage teleportiert, sondern jetzt halt zum Abschlepphof gebracht wird. Steht das halt kreuz und quer mitten in der Fußgängerzone und ein Kopf würde das abschleppen, ist der einzige Unterschied, dass der jetzt bei den Müllers anruft und die Müllers das zum Hof bringen. Guten Tag, hier ist der Kalle. Ja Kalle, grüß dich mein Zuckerschneckchen. Hör mal, ich hab gesehen, du bist auch so einer, du machst ja Abschleppungen, ne? Ja ich war ausschließlich Abschleppungen, du bist ja bei Müllers Abschleppdienst. Bei Müllers Abschleppdienst. Ja richtig. Ja hör mal, ich hab hier an meinem Privat, ja Privat nicht, aber von meiner Firma Grundstück, hier hab ich hier illegale Fahrzeuge, die sich hier einfach nicht hier so abgestellt haben. Galle. Wo ist das denn? Ja kennst du den Diamond Oil? Bist du oder das? Das ist eine Tankstelle. Tankstelle. Ja Tankstelle gibt das viel, da musst du schon genauer sagen. Ja hör mal hier an dem Mürropark. Ja ja ja, ich komm mal vor B, ne? Bis gleich. Ja komm mal vor B, ne? Ich wünsch dir was. Bis gleich, ne? Also genau das, da hätte man jetzt früher die Cops gerufen, hätte gesagt, ey könnt ihr mir die mal abschleppen, die wären mit dem Stickerheft gekommen und hätten die Fahrzeuge despawned. Und das ist jetzt halt in RP integriert quasi, dass es tatsächlich einen Abschlepphof gibt. Das ersetzt nicht die Werkstätten und sowas. Die schleppen immer noch eigenständig ab, reparieren die Dinger, schrauben da rein rum und so weiter und so fort. Das ist halt tatsächlich einfach wie im real life Abschlepphof. Das passiert mit den Autos, wo du nicht mit dem Schleppwagen rankommst, die wirklich verbuggt sind oder irgendwo auf einem Dach verkeilt oder so. Da kann die Polizei im Notfall noch einen Sticker drauf machen. Die Polizisten sind die einzigen, die es rein technisch noch können, benutzen es aber nur, wenn es nicht anders geht. Und wenn wir jetzt da vorne, der sagt ihm gehört das Grundstück, da parkt einer falsch, schleppen wir das ab, der kriegt dafür 200 Dollar, wir nehmen das mit und der Besitzer kann das beim Abschlepphof für 300 Dollar auslösen. Jungen Tag zusammen. Grüßt euch. Mahlzeit. So, irgendwas muss hier fort oder was? Ja, hör mal. Hier der Karakara da in Blau. Welcher? Der eine, komm. Der oder was? Da sind die Firmenfahrzeuge. Das hier, das muss weg. Der gehört dir nicht? Nee, ich weiß auch nicht wem. Dann kriegst du 200 Dollar von mir. Ja, ich krieg 200 Dollar. Ja, nehm ich. Ja, sicher. Wegen dir kann ich das ja mitnehmen. Wegen der Auftrag. Achso. Ja, cool. Ja, nimm mal mit. Das halt hole ich mir von dem wieder, der das hier hingestellt hat. Ist das auch ganz sicher, ist das auch ganz sicher hier dein Platz? Ja, guck mal, ich hab hier... Oder bist du eine Polizist, der falsch stark ermeldet? Nee, hier. Ich bin doch hier von der Diamond Oil. Das ist hier der Tank. Ich bin der Abteilungsleiter. Na gut. Ich glaub, du musst dir den Haken was tiefer packen. Ja, das liegt... Ja. Nee, ich muss die Bremse lösen von dem. Sonst krieg ich den nicht weg, ne. Sonst reiß ich ja alles kaputt, ne. Das Problem ist, ich hab noch mehr Öffnungswerkzeug nicht dabei. Das dräng ich jetzt am Hof vergessen, ne. Wolltest du noch mal eben zu dem Hof runterfahren? Ja, muss ich wohl. Muss ich wohl. Ich hab noch mehr Öffnungswerkzeug nicht dabei. Ja, gut. Ich hab noch mehr Öffnungswerkzeug nicht dabei. Nix mehr dabei. Nur das wird den Alarm auslösen. Das wär nicht gut, ne. Wir stellen gleich die Bollen hier, ne. Ich fahr noch mal zum Hof, ne. Wenn ich halt den Finger, dann bring ich das mit. Und dann komm ich gleich noch mal wieder. Alles klaro. Wir haben extra, also wir werden zukünftig unten halt auch noch einen Shop haben und so. Aber es gibt halt extra dafür, weil du musst dich einmal reinsetzen, um die abschleppen zu können. Gibt's dann Universalöffnungswerkzeug dann für Polizisten und Abschlepp-Otos. Können Civis in das Abschlepp-Unternehmen kommen? Das sollen zukünftig nur Civis machen. Wir gründen das nur einmal quasi, damit das MRP Bestand hat. Und hoffen, dass es zukünftig auch Spieler gibt, die das bespielen wollen. Gut, aber ich glaub, ich muss auf die anderen warten, ne. Alleine kann ich das nicht. Ich hang nämlich kein Werkzeug mehr. Ich hoffe, die anderen warte. Moin, Kalee. Ah, da bist du. Ich hab auf dich erwartet, Junge. Ich hang nicht gewusst, wie lange du Mittagspause machst, ne. Das Problem ist, ich hang auch Werkzeug mehr zum Öffnen von den Fahrzeugen, ne. Ich hang nicht mehr dabei. Sag mir bitte, das und noch was heißt, ne. Ja, natürlich. Wir müssen das öffnen. Ich hab denen angerufen, der hat drei Stück die Stange an der Tankstelle rum. Die müssen wir abschleppen. Das ist der Besitzer von der Tankstelle und der kennt die nicht. Ja, natürlich. Ich hab die hinten in der Regal, hab ich die drin, Kalee. Nimmst du dich einen eigenen Schlepper, bitte. Wir müssen drei Stück weg. Ich kann nicht drei fahren, ne. Ja. Ich hang einen Gabelstapler aufgestellt, ne. Das ist gut, damit kannst du den Stapler machen. Das ist super. Hast du mal für mich eine Schlüssel zu dem Fahrzeug, Kalee? Ja, sicher. Welche denn? Willst du mit dem Gabelstapler fahren? Nein, mit dem Gabelstapler kann ich ja keine Absleppung machen, weißt du, Kalee? Ich schieb dich schon fünf. Ja, vielen Dank. Sag mal, wo ist denn das Fahrzeug, was weg muss? Das ist fort. Das, hör mal, siehst du, das rosa Ding, da kam einer mit einem heißen Eimer Wasser und das ist heiß eingelaufen. Ja, was muss denn jetzt hier weg und was nicht? Das von eben, das ist ja nicht mehr da. Sie mit hat gefragt, ja nicht? Nee, 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 der Typ hier von der Tankstelle. Ja. So, guck mal hier, ich hab hier zwei, die müssen weg, ne. Das ist der eine, das ist der Schwarze da und da diese rosa, ne, hier der Knutscher. So, wach sie zu, da ist Knutscher. Oh Gott. Ja, irgendwie bin ich am falschen Hebel gekommen, ne. Ich, also, ich mach das ja noch nicht so lang, ne. Ich bin noch ein bisschen schnell unterwegs gewesen und rutsche ich jetzt da hoch. Ja. Ja. Ja, ja. Ich glaube ich bin zu schnell. Sag mal, Kelly. Ich glaube. Die Autos haben uns überholt beim runterfahren. Ich glaube ich bin. Also, ich muss sagen, Manni. Ja. Ja. Also, Janz geblieben ist halt nicht. Ne. Aber ist ja egal, wir haben hinten noch eine Seil und eine Tür dafür. Ja, ja, vorne fehlt auch ein bisschen was. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen auf dem Müller Abschlepphof. Wie können wir helfen? Hallo. Ähm, ich glaube sie haben gerade zwei Fahrzeuge abgeschleppt. Kann das sein? Mehrere. Ja, richtig. Mehrere. Von einer Tankstelle? Wollt ihr mich verarschen? Ihr standet da an der Tankstelle und werdet ihr sehen, wie wir das abgeschleppt haben. Ich erkenne euch schon wieder. Ich bin noch nicht blind. Wir wollten euch, ähm, Glühwein und Kaffee vorbeibringen. Achso, ich habe ja gedacht, ihr wollt eure Autos auslösen. Das auch. Ich habe eure Autos abgeschleppt, während ihr an der Tankstelle standet. So gesehen ja. Nur so halb richtig. Von Nowak wollte sich einen Spaß erlauben. Warum habe ich die denn überhaupt abgeschleppt? Von Nowak wollte sich einen Spaß erlauben. Okay, kein Problem. Ihr könnt die auslösen. Kostet 30.000 das Stück. Das kann ich nicht. Einer muss uns ja hochfinanzieren, ja? Ja. Ja. Ich arbeite da nicht zur Belustigung. Ich habe ein Abschleppunternehmen und nicht ein Belustigungsunternehmen. Sie ist aus wie ein Komiker. Da ist nicht genügend Platz. Okay. Dann probier's einfach mal dem anderen heranzugeben. Ich nehme das für Manni mit, kein Problem. Gut. Welches Fahrzeug wollen sie auslösen? Danke. Und was zum Knabbern? Oh, Spekulatius. Dankeschön. Für beide zwei jeweils. Na gut. Also dafür mache ich die Hälfte. 15.000. Welches wollen sie auslösen? Tja, aber das Ei, das Pinke, das gehört gar nicht mir. Aber das andere. Das andere gehört mir. Gut. Dann stelle ich ihnen eine Rechnung aus, dann können sie das wieder mitnehmen. Gib die Rechnung dann einfach, Novak. Du wieso? Ihr Konto konnte nicht belastet werden. Weil ich keine 15.000 habe. Also. Wir müssen jetzt aber weiter. Wir haben noch einen Termin. Okay. Sie können den Hof verlassen. Okay. Nehmen Sie das Auto jetzt mit? Nein. Dann nicht. Die können nicht bezahlen. Dann geht ja gut los. Ich weiß gar nicht. Die haben uns verarscht. Wir haben das umsonst abgeschleppt. Warte, ich lasse dich raus. Und mal zu. Nicht, dass die ihr Auto klauen. Dann fangen die Luft auf. Da sind wir nicht. Zogen die Luftschmerzen. Dann fangen die Luftschmerzen aus. Dann fangen die Luftschmerzen, amit ich meine Zeit hin. Ganz ruhig mal wieder. Ich bin der Luftschmerzen als einvergang noch mal. Ich bin der Luftschmerzen. Ich bin der Luftschmerzen. Bis zum nächsten Mal.